Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Video soll es um die Eliminationsmethode gehen zur Lösung eines Differenzialgleichungssystems. Wir schauen uns einmal das folgende System an, u Punkt gleich 2u plus v, v Punkt gleich u plus 2v, wobei u und v Funktionen sind, die von t abhängen. Wenn man jetzt die Eliminationsmethode verwenden will, bedeutet das, dass man zunächst aus diesem Differenzialgleichungssystem eine Differenzialgleichung macht für eine Funktion, zum Beispiel für u. Das kann man machen, indem man hier folgendes tut, wir bilden einfach hier bei der ersten Differenzialgleichung mal die zweite Ableitung, erhalten wir u 2 Punkt ist 2u Punkt plus v Punkt nach der Summenregel. Das ist 2u Punkt plus, wir ersetzen jetzt v Punkt durch u plus 2v, dann haben wir also hier stehen 2u Punkt plus u plus 2v und das v ersetzen wir mit Hilfe der ersten Differenzialgleichung, indem wir diese nach v auflösen, dann steht hier u Punkt minus 2u gleich v, wir ersetzen also v durch u Punkt minus 2u. Und jetzt lösen wir das Ganze auf, dann haben wir u 2 Punkt gleich 2u Punkt plus 2u Punkt, das sind 4u Punkt plus u minus 4 mal u, das ist minus 3 mal u, sodass wir die Differenzialgleichung zweiter Ordnung erhalten, u 2 Punkt minus 4u Punkt plus 3u gleich 0. Die charakteristische Gleichung dafür lautet Lambda Quadrat minus 4 Lambda plus 3 gleich 0. Wir erhalten Lambda gleich 3 oder Lambda gleich 1 als Lösung, sodass wir mit unseren Methoden für die Lösung von gewöhnlichen linearen Differenzialgleichungen hier die allgemeine Lösung u von t gleich C1 mal e hoch 3t plus C2 mal e hoch t, einmal t hier erhalten. So, um jetzt die allgemeine Lösung für v zu bestimmen, müssen wir zunächst die Ableitung bilden, weil wir haben ja hier eine Gleichung, die u Punkt und 2u enthält und 2u enthält und v. Und wir wollen durch diese Gleichung jetzt v bestimmen. Dazu bilden wir also zunächst die Ableitung von u. Wir erhalten u Punkt von t gleich 3 mal C1 mal e hoch 3t plus C2 mal e hoch t. Und jetzt setzen wir das Ganze ein in diese Gleichung, die wir nach v auflösen. V von t ist ja u Punkt von t minus 2u von t. Wir bringen das hier rüber. Und dann setzen wir u Punkt und u hier ein. Dann erhalten wir 3 mal C1 e hoch 3t plus C2 e hoch t. Das ist u Punkt. Minus 2 mal und jetzt für u von t setzen wir dies hier ein, nämlich C1 e hoch 3t plus C2 e hoch t. Dann lösen wir das Ganze auf. Dann erhalten wir insgesamt C1 e hoch 3t minus C2 e hoch t. Die allgemeine Lösung des ursprünglichen Differenzialgleichungssystems haben wir hier dann jetzt nochmal hingeschrieben. Wir haben u von t gleich C1 e hoch 3t plus C2 e hoch t und v von t gleich C1 e hoch 3t minus C2 e hoch t. Und dann geht's das Ganze um. 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 Dann geht's